das traumschiff schauspieler horst naumann ist verstorben traurige nachrichten aus der deutschen film- und fernsehbranche durch seine rollen in serien wie das traumschiff oder die schwarzwald klinik konnte sich horst naumann einen namen machen im laufe seiner langjährigen karriere spielte der schauspieler in über 150 film- und fernsehproduktionen mit neben seiner schauspielerischen tätigkeit war der gebürtige dresdner zudem auch viel als synchron und hörspielsprecher tätig nun ist horst im alter von 98 jahren verstorben wie verschiedene medien wie die bild berichten verstarb der auf der reeperbahn nachts um halb eins darsteller bereits vor wenigen tagen am 19 februar zu horst ableben ist derzeit noch nicht viel bekannt bisher äußerten sich weder seine angehörigen noch freunde oder kollegen öffentlich zu seinem tod horst hinterlässt seine geliebte ehefrau martina und den gemeinsamen adoptivsohn leon der tv star und martina die auch als seine managerin tätig war waren fast 14 jahre miteinander verheiratet die beiden schlossen im august 2010 den bund fürs leben schlossen im august 2011 den bund fürs leben ableien s Untertitelung des ZDF, 2020